Meine Herzen, super. Der ist richtig lustig, also noch lustiger als der erste Teil. Super, Oberaffengeheim, wie man sagt. Der war sehr lustig. Schön, schön. Super. Ich habe mich totgelacht. War sehr lustig. Ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn sau, sau lustig. Noch viel, viel lustiger als den ersten. Hauptdarsteller, genial, grandios, viel gelacht. Waren alle sehr gut. Also ich fand alle gut. Beide Filme kann man einfach nicht vergleichen. Waren beide sehr gut. Beide sind toll. Beide. Kann ich jedem empfehlen. Also guckt es euch an.